ja leute willkommen mal wieder zurück zu einem bananatic game diesmal geht es um hero zero und ihr seht schon ihr könnt hier bei dem game 350 bananen verdienen und die aufgaben sind auch recht machbar also das heißt recht machbar eigentlich ist recht simpel und eine ganz klare empfehlung von mir was den zeit und nutzenaufwand betrifft in aufgabe 1 müsst ihr einfach sechs gegenstände anziehen in aufgabe 2 level 12 erreichen und bei aufgabe 3 level 25 erreichen das spiel sieht folgendermaßen aus das ist jetzt der übersicht screen wie ihr euren helden seht am anfang wie gesagt sollt ihr sechs gegenstände einfach nur rein packen oder beziehungsweise anlegen darauf geht er also dafür geht auf den secondhand shop und entweder kauft ihr euch hier sachen da habt ihr am anfang ein paar dinger dabei könnt ihr einfach so kaufen und reinziehen oder ihr schließt halt aufträge ab und missionen da gibt es einmal die zeitmission und kampfmissionen letztendlich ist es alles dasselbe ihr müsst halt entweder einen gegner bekämpfen wie hier oder einfach eine bestimmte zeit warten letztendlich ist alles eine zeitmission sage ich mal so weil ihr müsst immer eine bestimmte zeit warten um diese quest abzuschließen der einzige vorteil bei einer zeitmission ist dass ihr halt immer eure belohnung bekommen bei einer kampfmission kann es halt sein dass ihr mal verliert kommt aber in den selten in den seltensten fällen vor ja ihr könnt auch quests abschließen wo ihr dann dementsprechend gegenstände dazu bekommt das heißt ihr müsst nicht zwingend kaufen denn ihr solltet euch das geld aufheben um wenn eure energie zur neige gegangen ist neue energie nachzukaufen die wird halt automatisch zum ende des tages wieder aufgefüllt aber wenn ihr halt mal einen tag durchsuchten wollt dann könnt ihr halt bis zu vier mal energie nachkaufen das geht dann halt nur ordentlich ins geld und dafür solltet ihr das geld einfach mal sparen manchen wird es dann schon aufgefallen sein dass dieses spiel eigentlich genauso ähnlich aufgebaut ist wie shakes und fidget das hatte ich auch schon mal in meiner playlist hier abgearbeitet beziehungsweise das spiel gezockt und ganz genau so läuft das ja auch ab nur dass es glaube ich mit dem nachkaufen noch ein bisschen einfacher ist wenn ihr jetzt bis level 25 leveln müsst wie gesagt immer die zeit oder kampfmissionen mit den höchsten erfahrungspunkten auswählen hier seht ihr zum beispiel wenn ihr diese mission abschließen würde würde er noch einen hut dazu bekommen mit den jeweiligen stats dazu da ihr hier nur xp fahren müsst wie gesagt immer nur auf die höchsten ep werte abzielen ja ihr könnt ihr euch theoretisch ja auch dualieren da bekommt die ehrenpunkte braucht ihr aber nicht in dem fall das ist alles zweitrangig arbeit braucht ihr eigentlich auch nicht bei der arbeit kann man sich halt geld verdienen ihr seht hier oben ich habe einen kontostand von 8.992 habe nie irgendwelche arbeiten angenommen ihr braucht halt einfach nur einmal ein paar requests machen und dann irgendwann mal pausieren wenn das geld hat nicht mehr reicht um die neuen also um die energie wieder aufzufüllen dann müsste halt warten was auf jeden fall sinn macht ein aktiver booster und zwar könnt ihr hier booster kaufen für mission da reduziert sich die dauer und der energiebedarf um 25 prozent wenn ihr glück habt so wie ich dann bekommt ihr hier oben bei helden taten das bringt dann immer so schön wenn ihr welche erledigt habt bekommt ihr irgendwelche gimmicks das heißt je nachdem wie lange ihr spielt und was er erfüllt habt bekommt ihr hier irgendwelche belohnungen hier zum beispiel 30 energie die könnt ihr euch entweder gleich sofort gut schreiben lassen oder später einlösen bei mir ist jetzt egal ich habe das ja wir erreicht ich klicke jetzt auf jetzt einlösen und dann kriegt ihr auch immer noch geld oder manchmal donuts oder halt irgendwelche booster und donuts sind halt in dem fall dafür nützlich ich habe es jetzt dummerweise gar nicht eingesetzt wenn ihr jetzt irgendwie eine quest abschließen wollt starten dann könnt ihr sie halt mit donut sofort beenden und dann könnt ihr halt dementsprechend gleich noch ein bisschen mehr xp farm mehr ist für dieses spiel eigentlich nicht notwendig ihr steigt je nachdem welches levy erreicht immer in städten weiter auf und die missionen ja sind kontinuierlich oder beziehungsweise nicht kontinuierlich sondern zufällig zusammengewürfelt ansonsten gibt es halt wie gesagt nichts zu sagen zu dem spiel mehr braucht ihr nicht und wenn ihr euch geschickt anstellt seid ihr in ein oder zwei tagen beziehungsweise bei mir war ich in drei tagen fertig viel spaß beim bananen verdienen und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis denne bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin Bis zum nächsten Mal.